Wenn ich darüber nachdenke, wer ich bin, konzentriere ich mich bei der Suche ja meistens erstmal auf die Gegenwart. Also ich schaue mir an, wie bin ich denn gestern Abend gewesen oder was für ein Leben führe ich gerade, was ist mir wichtig im Leben. Das ist alles gegenwartsorientiert. Aber dass ich hier und heute überhaupt so bin, wie ich bin, das hat ja Gründe. Ich bin ja so geworden, wie ich heute bin. Und genau damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Wir wollen die Frage beantworten, warum bin ich so? Wie bin ich so geworden, wie ich heute bin? Oder wie konnte alles nur so weit kommen? Genau um diese Fragen geht es jetzt. Es geht um die Selbstrekonstruktion. Es geht darum zu verstehen, warum ich als Person heute so bin, wie ich bin. Was passieren musste, damit ich genau diese Prägungen erfahren habe und wie diese Prägungen dazu geführt haben, dass ich mich dann eben auch so entwickelt habe. Und diese Prägungen, die beginnen ganz, ganz früh. Die Prägungen, die beginnen in unserer frühesten Kindheit und vor allem erstmal durch unsere Eltern. Da bekommen wir implizite und explizite Botschaften. Explizit vielleicht sowas wie, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Sowas kann mich auf eine gewisse Bahn führen. Und implizite Botschaften wie, wie machen Mama und Papa das denn? Wie gehen die mit dem Leben um? Welche Emotionen haben die oft, welche Emotionen haben die nicht so oft? Also ganz wichtige Prägungen. Später geht es dann natürlich auch weiter. Freundeskreis, Schule, teilweise auch Lehrer, dann die Peergroup und so weiter und so fort. Wir wollen all das jetzt mal systematisch durchgehen. Und du sollst für dich die Frage beantworten, wo waren deine entscheidenden Prägungen? Welche Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast, haben mitgeprägt, wer du heute als Person bist? Und deswegen kannst du dir einfach die Frage stellen, warum bin ich so, wie ich bin? Wie bin ich so geworden, wie ich bin? Und welche Erfahrungen habe ich gemacht, die mich so geformt haben, wie ich heute geformt bin? Es ist ein bisschen so, als wenn ein naives Kind dir die Frage stellen würde oder mir die Frage stellen würde, Hendrik, warum bist du so, wie du bist? Das ist eine verdammt gute Frage. Und genau die wollen wir jetzt beantworten.